Ich bin hier mit Sam, Anastasia und Julia und wir schauen uns die Seelöwen an und jetzt sind wir hier gerade an dem ersten Aussichtspunkt, wo man durch so Dinger gucken kann und die sollten da drüben sein, this way, right? Und, when was this opened? This one? When was it both? Okay, ja das wurde irgendwann aufgemacht und jetzt hier neuerdings haben die auch so ein Denkmal für Müll gemacht, der in dem Meer landet, was sehr cool ist und wir werden auch gleich noch ein Boot nehmen und uns die noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, also dann bist du gleich auf dem Boot oder so. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob man da durchgucken kann. Ah, ah, ah! Ah ja, da! Da sieht man die Seelöwen. Ah, woher heißt du? Hast du eine bessere Bildung? Oh, nice! Ich werde es dir senden. Ich werde es filmen. Jetzt noch ein bisschen näher dran. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Gopro ist schade. Gopro ist schade, weil es so weit ist. Gopro ist schade, weil es so weit ist. So, jetzt sind sie sehr klein. Und du kannst sie wirklich nicht sehen. Aber du kannst sie sehen, wie wahrscheinlich dieses Schiff. Und, wie... Ach ja. 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 Ja,ANNA, seine Ja. Ja, sie nehmen die MDR moment. Ja, das ist gut. Oh, es ist so nice driving, ich liebe es in Deutschland. Oh, slow it down! How fast? Seventies? Okay. I think, actually, I'm allowed to drive. I have international driver license and I think it's okay in Russia. Okay? Yeah, yeah. It's okay, you can drive. But the road is too good. It's boring, it's like Germany. You look like your phone. If police stop us. Oh, stop. Oh, that's okay. Straight, right? Yeah, straight. Too slow? No, no, it's okay. I just, I just, it's hard to describe.